Kosmas Damian Asam war ein deutscher Maler und Architekt des Spätbarocks. Kosmas Damian Asam arbeitete hauptsächlich mit seinem Bruder, dem Stuckateur und Bildhauer Egid Quirin Asam zusammen. Asam war ein Hauptmeister der süddeutschen Deckenmalerei zwischen Barock und Rokoko. Er wirkte, teils zusammen mit seinem Bruder Egid Quirin Asam, bei der Ausgestaltung der Schlösser in Bruchsal, Ettlingern und Mannheim und der Klosterkirche Weingarten. Zum Leben und Werk der Brüder Asam siehe Brüder Asam. Die Deutsche Bundespost hat zu Asams 250. Todestag im Jahr 1989 eine Gedenkmarke mit dem Wert 60 Pfennig herausgegeben. Sie zeigt Kosmas Damian Asam vor dem Deckenfresko in der Klosterkirche. Weltenburg. Werke. Um 1720. Zwei große Leinwandbilder Maria Immaculate und Schutzengel im Chor der Pfarrkirche St. Laurentius in Tickmoning anfangs in der Korbinian Kapelle in Weihenstephan.